weiter geht es hier so machen wir weiter hier dann essen wir jetzt hier ins spiel und dann müssen wir auch wieder zur arbeit und dann hoffentlich werden wir gleich befördert damit wir dann noch mehr geld bekommen m m m m pf hier so Ja, aber gleich muss es mir ja wieder besser gehen, nachdem ich gut vergessen habe. Ja, aber das ist mir auch ein bisschen besser. Oh, 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 ah. Na ja, einfach mal ein bisschen spielen. Geht's nun am Garten? Guck, komm schon hier. Guck mal, dann schauen wir uns gleich noch. Oh, ein bisschen schneller. So, jetzt geht's nun. Okay. Also noch okay. Was soll man denn machen? Oh, ein bisschen schneller. Oh, ein bisschen schneller. Oh, ein bisschen schneller. Ja, scheiße. Ach, Maul. Ne, Trävers. Ich muss zur Arbeit. Na ja, wie ist es auch gut? Ja, ich muss jetzt mal ein Häkchen. Max wurde befördert. Und jetzt? Max wurde jetzt befördert. Zum Katerer. Er verdient jetzt 10. Oh, mehr pro Stunde. Was? Eine Stunde unten sind die 26. Edelstahl-Nomad. Okay. Das ist doch super. Oh, Mixer-Fähigkeiten. Wie mach ich das? Warte, wir müssen jetzt erstmal klären. Dann reparieren wir das. Boah, ich hab'n Baum. Was sieht hier? Dann verbessern wir das. Das haben wir alles. Oh, ich sterbe hier ziemlich. Ah, ne, gut. Oh, hier 15 muss man aber, hier 14. Oh Gott. Da ist noch. Oh, ich mach' den schneller. 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 Weil... Das ist nur reparieren. Das guck' ich die ganze Zeit an. Ich hab' es repariert. Hm. Ah. Ah. Geschafft. So, jetzt schnell hier noch. Bewässern. Ich weiß nicht, was das ist. Ich hab' was Neues bekommen. Irgendwo. Ich geh' jetzt auch mal hier. Oh, das müsste ich mal im Moment haben. Da. Shit. Hm. Muss ich besser als meine. Ja. 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 Es gibt noch einen Spitz, oder? Ehh... 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 12 12 15 15 15 15 15 15 P 12 12 22 23 24 25 25 Das, dann nachdenkliche Duschen und dann ist sowas schon wieder fertig. Schneller, schneller! Wie viel Zeit habe ich noch? 4 Stunden? Wo gehst du hin? Dann gehst du jetzt essen und dann nach Duschen gehen. Also erstmal auf Toilette. Dann denke ich Duschen und dann zockst du mal ein bisschen was. Jetzt machst du aber Quatsch hier. Ich muss erstmal schneller. Wie viel Zeit habe ich noch? 3 Stunden. Du musst gleich zur Arbeit. Wir müssen noch einiges erledigen. Wie lang isst du? Okay, was ist das jetzt auch drin? Wie lang ist das 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 drin? Ah, shit! Wie lang ist das drin? Wie lang ist das drin? Wie lang ist das drin? Diese zwei Maine kommt bereits mycket zu Rio. Ja, die Norway kommt schon deutlich mehr. So, jetzt geht's zur Arbeit. Okay, nee. Oh, ich hab dich denn jetzt üblich... Okay, ne kleine Junge. Kekse kaufe ich dir nicht. Jetzt fängt es aber hier an mit dem Nachrichten. Ähm, ein unzufriedener Gast hat ein noch nicht ganz klares und genießbares Gericht reklamiert. Maxal hat freie Möglichkeiten damit umzugehen, das Gericht in die Mikrowelle zu stellen. Aber ganz neu. Ich bin nämlich Koch, ich hab den Ruf zu verlieren. Okay, Leute. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen weiter zaubern. Dann müssen wir hier aufräumen. Okay, naja. Sehr gut. Laufkommen. Oh ja, Sie werden zu. Oh, ich bin jetzt da noch ein bisschen weg. Oh ja, ich bin jetzt da. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen ein Buch kaufen, dieses Mixerbuch. malen Mixer das brauche ich Da haben wir auch Räume auf Toilette Spaßvoll wieder. Spaßvoll wieder. So und danach machen wir uns wieder zu. Spaßvoll wieder. 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 da wo wir aufgehört haben. Bis zum nächsten Mal. und tschö